Digga, Balschradin, Mann, ich habe versucht, einen crazy Unraid-Squad zusammen zu kriegen. Es ging um ein anderes Thema. Mach ich ... Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin dabei. Punkt, 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 Ausrufezeichen, Daumen hoch, Emoji, Herz-Emoticon. Aber mit richtig geilem Outfit. Punkt, 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 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Daumen hoch, Emoji-Con. Dann schreibe ich, super, Punkt, 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 Ausrufezeichen, 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 Sonnenbrillen-Emoji, Daumen hoch. Ich freue mich, Punkt, 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 Ausrufezeichen, 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 Leerzeichen, Klasse. Punkt, 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 Ausrufezeichen, 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 Daumen hoch Emotikon und so ein richtiges Scheißlach Emoji. Dann schreibt er, klasse, ich freue mich. Punkt, 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 Ausrufezeichen, 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 Peace Emotikon. Super. Punkt, 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 Ausrufezeichen, 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 Daumen hoch. Mega. Ausrufezeichen, 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 Punkt, Punkt, Punkt. Daumen hoch Emotikon. Digga, dann habe ich Zabex geschrieben, ich habe ihn davon ein Screenshot geschickt, ich habe Zeige geschrieben, Digga, wie schreibst du mit dem alten Fragezeichen? Meistens rufe ich ihn an, weil seine Augen so langsam lesen. Ich glaube, ich rufe ihn auch einfach an, dann sind immer diese drei Punkte und drei Ausrufezeichen und drei Boomer-Emoticons, die kann er ja nicht am Telefon senden. Deswegen werde ich ihn in Zukunft einfach anrufen.